Ohne am Pickel, wir fahren jetzt gerade die Wünngangbahn hoch, gell? Ja, genau. Und schauen, wie wir uns da runterwerfen auf dem Seillag. Ja, das machen schon die Zeit, um in meinem Voraus zu erflicken. Sowas schaffen ja noch nicht mal die Skiflieger, oder? 130 kmh, naja, das ist schon relativ schnell. Und vor allem 1,6 km, die springen ja eigentlich nicht so weit, maximal 200 km ist so der Weltrekord. Oder noch ein Anlauf dazu. Also haben wir heute eine Premiere zu etwas, was in der Richtung da war. Schauen wir mal. Bei uns ist die Eva Habermann da oben, mal schauen, wie die das hinkriegt. Ich hoffe, dass die das auch gut hinkriegt. Da kann nichts passieren, oder wahrscheinlich kann nichts passieren.